Wir spielen heute die erste Runde in der neuen Fortnite-Season. Ich bin Level 101, weil ich mir den Battle Pass durchgeholt gekauft habe. Ansonsten wirklich erste Runde. Mit dabei ist Dave Knight und MBK und wir landen direkt bei Galactus City. Beziehungsweise einfach in Doomstadt. Wir haben noch wirklich gar nichts gesehen. Also ich weiß gar nicht, was hier alles Neues ist in der Season, Leute. Guck mal, wer da schwimmt. Wer schwimmt da? Galactus. Galactus, mein Opa, Bro. Ich sage ehrlich. Jungs, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir gehen jetzt hier zusammen in Doomstadt. Das könnte echt heftig werden. Das könnte echt heftig werden. Bro, ich lande hier. Ich lande ganz vorne. Lass hier landen. Direkt ganz vorne. Hier? Ja, ich lande direkt links an den. Ich gehe unten rein. Geh du oben. Ich habe hier unten direkt Waffe, Striker. Ich sehe es schon. Ja, ihr kommt so viele mit, Jungs. Ja, ich komme sehr, sehr viele mit. Aber alle ins Haus rein. In ein Haus rein. Ja, alle ins Haus rein. Ich habe Waffe. Wir haben direkt das Haus eingenommen, Jungs. Oben ist einer. Warte, 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 warte. Da drüben ist einer. Wir brauchen hier, Jungs. Wir brauchen hier. Ja. Wir sind sogar im Keller. Nee, nee, nee. Hier sind direkt welche. Oh Gott. Ich bin. Hier ist nichts, Leute. Hey, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal. Einmal danke dir. Jungs, ich habe hier Frucht. Frucht für uns. Ja, wir müssen uns heilen. Unbedingt, Jungs, heilen erst mal. Hast du das nur? Ich habe Frucht hier zum Splash. Frucht. Splash-er-frucht. Ich komme hoch. Okay, geh. Warte, komm hoch, komm hoch. Ich bin da, ich bin auch da, ich bin auch da. Ah, oh ja. Ah, die Glowberry ist geil. Okay, ja, lass hoch, lass aufs Dach. Einer ist in uns, äh, in unserem Gebäude. Ja, wir gehen aufs Dach, komm aufs Dach. Extrakt heller oder so. Ich habe halt echt kaum geduldet. Ich habe nur diese neue, äh... Oh, da, 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 da. Oh, sind's Ketchup? Ist one, ist one, ist one. Sehr gut. Ist down. Äh, hier drin ist einer. Oder da, vor uns, vor uns, safe net. Ah, hier ist auch ein Wort. Oh mein Gott, das Salbengewehr ist richtig gut. War der MDK, MDK, ist von mir? Äh, neulieinigsofter. Noch einer down. Oh mein Gott, was geht hier ab? Gerade, wir räumen jetzt hier komplett auf, Jungs. Sehr, sehr gutes Teamwörter. Äh, das Salbengewehr war richtig gut gewesen gerade, ne? Ist doch einer one. Oh, die haben sogar Klon in. Da haben die die erste Runde gewonnen? Ja, ja, die haben die erste Runde direkt gewonnen. Profi-Round, Profi-Round. Krass, wie ein Schwitzer, Junge. Oh mein Gott. Junge, ich hab die, ich hab die Monarchpistole, bro. Die ist krass, die ist krass, die ist krass. Vor uns, da, Dave, nett. Da, da, Dave, nett. Ja, hier sind zwei. Also, das ist noch einer, Dave, nett. Ey, 70, Craig, auf den oberen? Erst gesehen. Geh rein, ich bin der Dave, ich bin direkt da. Ich komm auch, ich komm auch. da merkt man die jungen du kleiner staubsauger ist das hier war machine war machine okay sehr gut er ist ja nicht mal keine medaille ich glaube ich habe die ganze munition angesammelt ich habe 30 nur markiert mal die mysterio ich habe keine ahnung wer es ist ich habe keine ahnung wer es ist ich habe ihn ich bin weg ich bin weg ich bin weg wo bist du aber er hat mich oh mein gott ich habe die mythische pampel das war voll krass aber ich möchte mit der papp guck mal hier ich bräuchte er und auch shotgun werden ich will das ist ich würde sehen ich habe drei kippen zeig mal machen wir noch mal unsichtbar ich sage ehrlich war das ist stark es ist komplett op aber es ist junge glaubt mir die leute werden ich im endgame ist das op im endgame denkst du ich kann mich so auf den reboot wenn sitzen ja da sieht man sich nicht mehr da sieht man sich nicht mehr gott schäst gott schäst gott also ich brauche ich habe noch munition jungs ich habe ich habe drei kippen einmal warte mal warte mal oh mein gott du hast die komplette machine du hast die komplette war machine du bist super machine und hier ist eine pamp gun brauche ich auch nicht ich brauche ich auch wirklich crazy das ist ja unendlich oder er gibt es hier aber nicht noch ein tresor oder so jungs ich komme ich komme sich da und die nicht da umgehen wir haben doch einen fanschuh oder so noch einer one bei zwei stück einer b autos einer ein hp da er lasst du was ich kann ja fliegen kriegt man eigentlich falsch an oh mein gott was machen wir gerade was hat jeder doktor du hast schon nein nein ich habe ich habe jetzt komplett die wacke das war stand der brusse rammort an doch hier alle rein oder einen brau wv sind sie bitte er braucht man richtig schaden auch an autos oh mein gott oh mein gott oh mein gott die sind stark ich habe sie nicht wo sie ich habe zwei büttliche waffen ist voll der die medaille ich will mal kurz sehen wie die aussehen mystery okay die andere leben und ich sehe auch voll geil aus so klein so es liegt dir ehrlich die unsichtbarkeitsmedaille ist eigentlich aktuell mein favorit sogar ja was ganz neu ist noch eine dritte hierbei die ist doch da jungs kriegt man bei der warme stelle ich falsch haben glaube nicht krass das hat white life also kann ich damit ich kann ich auch in die luft schießt da mit dem handschuh rauf wenn ihr den habt ja die handschuhe sind auch echt gut ich kann damit sogar schweben also das ist halt auch krank von jürgen 50 super cool super cool der zukunft ist so krasser dass sie wieder gibt ich lande ich warte wer ich komme rüber da müsste sein pass auf die königste jungs doktor zug kommt etwas zu machen das ist ja schon wieder nicht mehr normal das ist ja nicht mehr normal ja jungs ich mache jetzt wo die wir holen die medaille holen das medaille und das medaille ich habe die akimbo waffen auch ich habe alles ich habe alles okay das ist das ist komplett crazy so und du willst mir erzählen dass ich hier kein falsch damit damit kriege warte mal gar nicht das ist zu krass ich sage ehrlich das ist das geilste überhaupt die season bockt ja wieder übelst ja ich feiere den waffen pool richtig den waffen pool ist auch echt clean guck mal hier akimbo waffen boom auch wie die waffen gehalten werden und so also der erste eindruck der neuesten echt absolut brutal vor uns doch welche genau direkt 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 zum dauer verfügbar sind mein gott junge was hast du da war schon alles so und auch so schießt diese bohr machine automatisch oder was nee aber der volk wenn du raketen und stunden über alles er ist richtig gut ich kann echt gut weg gelästert 44 diese monarkpistole der ist da und diese monarkpistole ist op monarkpistole ist op monarkpistole op ist nur noch einer zwei leute die waren sogar die krone gehabt diese monarkpistole ist ganz anderer stern ich habe jetzt gerade die medaille nein jungs ich habe alle mythischen waffen direkt oder was das hier ja nicht schlecht mythische gibt mir die man habe ich alle mythische waffen denn ich zeige euch alle mythische waffen gibt mir die man jungen das ist gerade erste runde alle mythische waffen guckt euch das an junge ich okay warte warte jungs habt ihr noch 50er tragen für mich gar nichts okay warte mal die greifen uns greifen uns gerade an die kommen lassen einbauen ich zeige euch mal alle mythischen waffen dass man alle medaillen und alle mythischen waffen auf einen haufen hauen und ich habe ich habe acht jungs diesem diese monarkpistole ist op die trifft hätten kein bullet job guck mal hier das ist das ist wirklich heftig was macht denn die emma frost mit der nähe die die scannt gegen deine nähe auch buscamp oder so junge sind einfach aufgedeckt ja ich bin gespannt wie die scannt aber ich glaube es wird kraft stellen wie diese mpcs die du dekutieren konntest weißt du die ja ja die machen genau ja 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 ab und zu so ultra glaube ich auch genau genau was auf die insel das wäre krass das wäre krass gibt es immer noch nein 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 es gibt ein krank oh gott kommen kurz einmal her ja ich komme warte 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 ich muss warte 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 ich sag euch jungs die monarkpistole die macht 80 damage und die trifft über die ganze über die ganze über alles wo also die trifft alles sehr stark jungs sehr sehr stark ist dumm der hat sich selber mit eingebaut oh mein gott es gibt noch nicht nein aber es ist aber egal es gibt so viele mythische aber gut die wohnungen kommen oben raus und die geschütztürme von bohrmaschinen ok jetzt bin ich echt gespannt jungs was wir gleich für einen siegesstürme kommen wie der aussehen wird wenn wir gewinnen nicht übermütig werden 19 kills wir haben alle mythischen waffen alle medaillen das ist nicht mehr normal gegner ja hier und mark wo die sind jetzt hier und jetzt gehen ist durch den gott nicht mehr oh mein gott gesagt sei mir wäre es krass sei mir wäre es krass ja jungs bleiben gewährst du sagst mal neugniswaffe in ganz fortheit also seiten gewehr haben wir echt stark macht wundert mich auch ein bisschen hier sind welche jungs hier beide crack beide ins ich komme direkt von oben ich komme direkt von oben ich will nichts machen noch einer hier sind die gegner ich bin hoch oh er hat den automatischen scanner das war klicks gewesen ich will diese automatischen waffentum haben von ihm da sind auch ein solo an so laut ab hier seine automatische waffentum automatisch aufkommt er ist worden erst mal erst mal erst mal ja alle rein rein oh mein gott das passiert automatisch vom erdautomatisch rum er glaube ich komplett wo er schiene ja okay aber trifft das auch gut ich habe es auch komplett mit dem waffentum jetzt jemanden sehr schwer zu treffen wenn er mit dem jetpack unterwegs ist jungs wird auch so ein blauen laser wieder bei dieser jungen wir haben alle worte ich bin ja gar nichts machen ich glaube da ist es nicht aber ich komme auch für jeden kill einfach wieder 50 leben mit zeichen das ja auch so ja das wäre auch okay ey lass doch jetzt die letzte kill wirklich nur worme stehen alle nutzen ist das ist ein 33 teams das ist unendlich ist ja also noch genau zwei trios ja ich glaube das wird auch geschwächt also also jetpack muss geschwächt werden sag ich ja auch es ist macht ultra spaß aber man kann ja auch durchgehend boosten wie krass das ist ja noch krasser sogar durchgehend boosten das ist jetzt wirklich heftig ja das ist also ich sage ehrlich klar es hat auch nachteile wenn man erstmal in luft ist dann ist natürlich einfaches ziel aber ich finde das trotzdem also die leute checken das aktuell noch nicht weil sie erst mal die gegner gewöhnen müssen die das haben was ist das direkt drüben er ist weg ja bohrmaschinen bohrmaschine 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 super bohrmaschine also nein jüngste ein trio wird das jeder erste sieg ich glaube ja das alles zusammen raus schießen wo die sind ich weiß auch ich weiß nicht wo die sind ja 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 ich komme dass immer auf dem selben gehen damit spielt damit spielt damit was hast du die krankerunde das war ja komplett krank gewesen